Na Leute zusammen, mich ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Shatterlands unterwegs und heute will ich euch ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Party-Sync-Kisten und da war ich wieder ein bisschen fleißig, bin mit meinem Twings im Party-Sync-Modus rumgelaufen, habe ein paar Quests erledigt. Das dauert ja immer ein bisschen länger, weil man dann ja auf die Stufe der Mobs runtergeskaliert wird und ja, dementsprechend war ich hier mit Impala unterwegs und mit dem Priester. Und mit dem Impala habe ich jetzt wieder ein paar Kisten zusammen, insgesamt 20 Stück. Mir hatten jetzt letztes Mal noch ein paar Teams gefehlt und zwar die Brust, Gürtel und Schultern und dann hier die Tank-Waffe. Ich habe jetzt glaube ich auf Tank gestellt gehabt, heißt ich müsste hoffentlich die Tank-Waffe rauskriegen. Gut, ich würde sagen, fangen wir an, 20 Kisten haben wir. Kiste Nummer 1 sind Schuhe drin, das ist schon mal nicht gut. Kiste Nummer 2 ist ein Streitkoll, den brauchen wir auch nicht, okay. Okay, ein Ring ist auch nicht gut. Ein Trinket, gibt auch kein T-Mock. Ah, here we go, da haben wir einen Gürtel, okay, das ist schon mal gut. Einen Kopf, den brauchen wir nicht. Schuhe, die hatten wir schon. Jetzt ist das nochmal ein Trinket. Eine Hose. Ein Umhang, ach komm, jetzt haben wir die Hälfte durch. Drei Items brauchen wir noch. Ah, da haben wir die Brust, sehr schön, zwei sind es noch. Habe ich nochmal, warum habe ich da eine Zweihand-Waffe? Ich habe doch, ich habe doch auf Tank stehen. Hm. Ja gut. Schuhe nochmal. Die Brust haben wir auch nochmal. Komm, die Schulter im Roll noch. Hände. Nochmal die Hände. Uh. Oh, nochmal die Hose. Oh boy, jetzt beißt es aber aus. Ich dachte, ich kriege die Waffe endlich mal. Also es ist definitiv auf Schutz, ne. Ich habe auf Schutz stehen. Irgendwie kriege ich es nicht. Nochmal die Hose. Hals. Und nochmal ein Hals. Ja gut, dann sind wir mit einem Parler leider noch nicht durch. Da brauchen wir jetzt tatsächlich noch zwei Items. Ich hatte jetzt gedacht, bei 20 Kisten, vier fehlenden Items, da wird es was. Aber anscheinend hatte ich da jetzt kein Glück. Heißt, ich muss mit dem nochmal ein paar Kisten farmen. Und ja, sobald ich dann wieder ein paar im Angebot habe, würde ich sagen, mache ich wieder ein Video und melde mich wieder. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Drückt mir die Daumen fürs nächste Mal. Euer Tila. Bis dann. Ciao.